liebe leute als erstes der kaffee ist ja klar das hat beruhigend ja heute bin ich alleine wieder und wollen wir jetzt erst mal raus wie jeden morgen wollte ich sagen was man mit achim noch üben müssen weil er meinte selber nämlich in der situation wenn er wird in der prüfung dran bekommt dann sieht er alt aus weil er nicht auf die reihe kriegt diese nexus züge da stellt er sich echt an da verliert er so viel zeit ich meine habt ihr gesehen hat es jetzt einmal drin gelassen das sind auch für manch eine schwierigkeit ist halt so ein zug aus und ein zu hängen oder überhaupt damit wie macht man es richtig das kann ich auch nicht sagen wie macht man es richtig weiß ich wissen wie die prüfung verlangt ist wie du das machst ich weiß nur wie der weg ist wie dieser einfache weg geht mit aus schnell auszuhängen und schnell einzeln die club kommt doch nur aufs endergebnis drauf an und deswegen also ich werde ihm irgendwie mal ein laufrad geben wurde es echt üben kann das ist nicht alle zu einfach wie aussieht sondern alle kommt nur durch konditionieren immer wieder üben 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 und auf einmal bricht er uns einfach prob und dann machst du das in ff vom ff heraus sozusagen die pack alle traurig ist und dann schauen wir weiter jetzt was als erstes kommt wahrscheinlich wolfgang als erstes mit den nachrichten und dann das war überraschend das hat hier ist verkauft das verkauft also habe ich ja gestern leider leider war die kamera die karte voll ich habe jetzt an eine stunde circa mit achim zusammen die sattelstütze rausgeastet die hier drin war und die waren nur bis hier die steckte nur bis hier drin aber das stück das hat sogar ein stunde dort immer wieder so geknackt die haben die sattelstütze meines erachtens eine nummer zu groß hier reingebolzt also 0,2 mm zu groß und richtig ein bumm bumm das war ein quark also anders kann ich nicht erklären weil der sattel ist hier die laufräder sind hier also laufräder sind da hoch zu da ich hab das nur alles ausgebaut damit es besser hier einsparen kann in den schraubstock und dann eben gut bewegen kann deswegen hat sich das alles zerlegt der normal ist ja das kühler sind wir gestern fertig gebaut was wir bekommen haben als spende sozusagen was defekt war ich hätte noch gar nicht über defekt haben wir eine gebrauchte angebaut gänge wieder gangbar gemacht und jetzt kann das auch wieder ein verkauf wird sich erstmal alles sehr erfolgreich an bloß die sattelstütze finde ich jetzt nicht tätig euch ja nur noch ich zeige ich nicht wo die sein soll dann hat hier mir xt bremsen geholt für tube was ich hinten stehen hat das ist ja privat cube also kommen die bremsen erstmal hierher bevor sie vorne klaut werden und küsst noch 200 euro 200 euro kosten das bisschen scheiße 200 euro zack mehr im ankauf 450 euro bezahlt wird ich nur mal so sagen ja damit ich immer alle denken hier umsonst und so 450 bezahlt und die bremsanlage war defekt und wird mir ja nicht gefallen hat warum macht gibt es so das war eine aussicht aller restaurant alles war aber es war eben so mix xt und die bremsen von formula warum auch immer keine ahnung und die schalthebel von die ohr einfache die hohe schalthebel konnte ich natürlich nicht ertragen deswegen hatte ich denn mal schon das so wie es jetzt erst mal im ganzen limited also ltd ist ein darmrad klar und ich habe es jetzt komplett auf xt umgebaut also sprich ich habe jetzt die die schalthebel geholt mir xt und habe jetzt die bremshebel einzeln auch xt geholt weil damit komplett xt ist dann kann ich nämlich als komplett xt verkaufen fragezeichen vielleicht auch einfach nur stehen lassen für schlechte zeiten und wenn anook mal groß genug ist kann sind 26 26 im bestzustand mit kompletter xt fahren und das ist ja auch hier ähnliches ist ja hier mit dem scott hier vorne was verkauft ist das hat kommen komplette xt drauf war bis auf die namen glaube und die schalthebel wieder da sparen sie also hat eine xt kettenrad garnitur hat xt bremsen hat xt bremsen das schon mal alles ganz geil auch xt schaltwerk und so gibt der umwerfer ist nicht xt der umwerfer ist die ohr und die schalthebel sind die ohr also ich verstehe auch diese mix sache nicht man baut doch komplett xt aber ja ich habe ihn nur die teile berechnet hier dem kunden der haben wir für seinen sohn nicht mal den rahmen oder sondern eigentlich nur die teile die anbauteile zerlegt zerlegen würde denken würde ich eben dafür gekommen und der laufradsatz ist tech made in italy tc kenne ich nicht muss ich sagen dass es ist industrielager laufen richtig gut die dh aber erkennen sie nicht sagt mir nicht mit fällen er ist ein euro also wie eine feilspitze aussehen im querschnitt richtiger und hier sehen so so richtig auseinander die komponenz unterliegt ohne makel und auch nur dass du merkst dass da irgendwie kugel läuft oder so laufen die ich mache echt nichts kein rollenwiderstand nichts gar nichts ist echt aber ich verzeichne die pappkartons hier die verpackung von den schläuchen weil ich die als schmierzettel erneu brauchen kann muss man ja nicht wegwerfen ja ja der dumme aussie hallo moin darf ich hier arbeiten bringen weiß ich nicht was hast du denn also hier ist zu hause habt ihr fahrer da ist vorne reifen flicken oder auswechseln ja keine zeit zu zweit und keine lustes an aller selbst zu machen kein problem und hier ist die schraube von der schütze die ist irgendwie lose und die ist so komisch ich bräuchte da so einen gebogenen hin muss um die festzuziehen ok guck ich mir gleich mal an oder ja mal eben mal schnell ein ständer vom pfennig land jetzt wirst du auch warum wollen wir mal so ein fachvideo wieder machen ich weiß ja auch nicht da machen wir das mal ach und danke für das angebot mit dem licht und so da war ja auch da mit dem licht ich müsste er will ich sehr gerne darauf zurückkommen natürlich wenn ihr meint da hat hier einen geilen scheinwerfer und so und das würde dann auch gut aussehen auf kamera weil jetzt ist ja schon sehr dunkel hier die ecke obwohl ich hier überall licht, 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 alles voll aber es ist halt duster, arbeit sagen wir machen würde ich schon darauf zurückkommen müsste ich echt mal ausmessen was ich da brauche an kabel oder so ich hab immer nur ein problem oder ich hab immer nur ich denke immer nur dass das ein problem wird vielleicht mit dass man diese punktuelle super ausleuchtung hat sozusagen und das dann überhaupt nicht mehr vernünftig dargestellt bekommt müsste man echt mal schauen es ist ja nun kein studio hier kein fernsehstudio und ist noch nicht so eingerichtet um professionell videos zu machen dann wäre das ja anders dann würde es von allen seiten irgendwie schattenfrei ausgeleuchtet sein und so dass man immer irgendwie licht hat dann so aber das krieg halt nicht hin alleine sag mal einfach nicht nicht weil ich es nicht hinkriege sondern einfach weil ich die zeit dafür nicht habe kommt jetzt zu machen da müssen überall scheinwerferrand von oben so ringsherum und dann wäre es natürlich perfekt macht man einmal bock drückt auf den knapp und alle geht an und dann ist das hell hier strahlend hell leuchtet macht und tut und man sieht auch vernünftig was und ihr seht auch vernünftig was wäre vielleicht mal eine maßnahme für den nächsten winter dass man sowas macht aber noch komme ich nicht dazu jetzt machen wir ein umbau von einem mifa oder die man diamant fahrrad von keilkugel auf vier karton also gleich nach dem hallo kurzer zwischenstopp vorher noch das hier zeit dass sie wieder unter leute kommen unter menschen kaffee trinker ja was hast du in der hand der schraubschlüssel super schraubschlüssel ja ein bisschen fett und ein bisschen schmierstoffe und ein bisschen eisen und so das ist ganz toll gibt es besser als die kinder edition der schraubschlüssel dann kannst du ablutschen und nicht auf der seite die ist zu gehaltvoll aber die andere seite 25.000 volt isoliert das ist was fein ja ja das ist so ja er soll nicht fahrer aber kannst du mal anschließen als recht kunden der haben seite fahrrad verliert vom bauers ihr fahrrad abgeschlossen und wir haben die wir jetzt versucht aber haben die wir erst mal ein billig schloss angemacht einfach so gelockt damit sie nicht mehr weg weg kann einfach hier ins schloss drum gemacht wird machen die gerne mal beobachten dann wer ist denn deswegen wird eine daten dann kommst du raus aus dem bauhaus siehst auch scheiße mein fahrrad ist ja so angeschlossen vom schloss was mache ich jetzt gehst los vermutlich gehst du ja zum ersten fahrradladen ja irgendwo dann haben die noch mal eine viertelstunde 20 minuten zeit und so und ging dann wenn sie gesehen haben wer du bist ob sie sich mit dir anlegen können ja zarte persönchen junge frau gehen sie dann hin und fangen an das schloss zu knacken oder gerade eben weg zu tragen letzte problem deswegen habe ich gesagt jetzt schnell zurück zum bauhaus aber sie als klar gemacht sie jetzt einfach weg getragen noch mal und hat es noch mal an den festen punkt mit ihrem dicken schloss angeschlossen also das hat sie gemacht wir beide trat war erst nur in sich selbst gesichert hat man sowieso nicht macht schließt fest an an einen festen punkt könnte so glück haben das ist noch da ist wenn nicht dann warst du ja ich habe jetzt hier gerade drehtlager gewechselt bei dem guten stück das habe ich in zwei extra videos gepackt der ausbau einmal der ausbau einmal der einbauer und hoffe ihr seid jetzt nicht sauber darüber das hat euch extra angucken müsst wenn es euch interessiert ist habe ich aber gemacht für leute die eben wirklich nur das interessiert die sollen auch wirklich nur das sehen und nicht den ganzen anderen quatsch wie frühmorgens aufstehen und gewaschen sozusagen haare zertraust nicht geschminkt für euch und so das müssen ja mussten die leute ja nicht sehen die einfach nur sehen wollen wie ein trittlager zu wechseln geht ja wir machen weiter mit dem blog und zwar gibt es noch viel mehr zu tun an dem rad nämlich die klappe hier habe ich auch schon in dem video hingewiesen dem muss eigentlich nachgegangen werden das ist die gabel die ja völlig locker drin sitzt warum auch immer das musik jetzt noch erledigen oder zu der zeit immer so eine sattel so eine tasche dran in dieser tasche war mal passende werkzeug dafür diese tasche ist nicht mehr da ist alles auch locker hier so beliebig muss ich mal fragen ob ich überhaupt schon mal ob du schon mal eingestellt oder jetzt ist mir nicht so aus wie jahren die erst mal nur so schön problem problem also regulär muss man jetzt hier dieses ding tatsächlich das ist locker ist klar die bremse ist ja auch locker so klar und eigentlich müsste das hier auch locker sein also man muss jetzt aufschrauben können zumindest oder zu schrauben kann man gar nicht man kann es überhaupt nicht bewegen das ist jetzt nicht die aufgabe tommy ist nicht die aufgabe ist zwar nicht die aufgabe aber ist halt auch nicht gut wenn es so ist wie das mit viel gewalt dazu sei jetzt eins gesagt damit dass es nicht getan normalerweise heißt das in dem fall so schwer geht hat eine ursache das heißt eigentlich ausbauen gewindegänge sauber machen von der gabel lager schicken neu fetten weil wenn ich das alte fett hier unten im dritt aber ich sehe noch könnt euch ja angucken und dann ist es hier oben nicht besser im zustand und danach wieder alles zusammenbauen das ganze ist eine aktion die wird teuer wenn man es am fahrradladen macht das teuer lebensrettend aber muss halt bezahlt werden wenn man selber macht kriegt man das eigentlich auch hin ist jetzt nicht so was groß ist aber eben man muss im laden muss man halt bezahlen muss man sich 30 40 euro muss man rechnen dafür für so ein komplett ein lager öffnen fetten pflegen und wieder zusammenbauen läuft gut jetzt hier lager einstellen schon läuft fantastisch man kann es natürlich auch ist hier nicht einfach so zu lassen und zu fahren würde ich persönlich nicht machen aber auch nur aufgrund dass zu da ich den zustand kenne von dem wie die titeln außer in dem lager der rest sieht nicht besser aus so 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 da liegt hier drinnen eine stunde arbeit meine stunde arbeit den sattelstütze raus die haben die nummer zu großregionen also 0,2 millimeter und die war ja nur bis hier also eine stunde alles auseinander wie der sagt das einspannung da ist natürlich durch die stütze also passt ihren kannst du nicht mal die vorne aus müssen habe ich aber nicht mehr gefunden tv tv kann ich nicht schöne trennrad auf alle fälle speicher gebrochen speicherissen gott sei dank nur ein nippel ab da ist der nippel ab deswegen bin ich ja so am basteln beschäftigt papa weil ich ja sein eigenes haus bauen will ok ok hier also ok hier also mal hat heute vor jahren mal verkauft habe war mal eins von meinen sieht man gleich bunte sähe eigenwillig konstrukt genial hier mit diesem unterfahrschutz hier fest angeschweißt rockring sozusagen oder bachgard oder wie auch immer man das bezeichnet und von der firma wetter fetter mit oria rohr wirklich toll habe ich aufgebaut und dann verkauft und jetzt hat sie die gute frau die gute frau tretenlager probleme welch wird da los hier in der speichel gerissen dann auch ein trittlager wechsel zu machen also hier ist ja das ist für eine freunde deswegen zieht es jetzt mal vor kurz hier und da gucken wir mal rein und ist wahrscheinlich auch noch nicht ganz kaputt oder so fühlt sich aber schon nicht mehr gut an also schon war schon mal gleich und angefangen zu wackeln normalerweise auch machen müssen und fett rein zeige dir diese wunderschöne werkzeug und setze ich hier an und was ich jetzt zeigt das wird sagen da bin ich sehr gespannt wie wir damit verfahren hier sieht schön verdreckt aber noch ganz gut aus natürlich hart das fett da drin ist nicht mehr schön was ist denn das geile ist bitte deutsches weiß hier brauchst musst du haben wir halt da was heißt das der dhgm man das sind genau die sprüche die ich hier auch höre die ich früher auch hören musste das muss verkehrssicher sein schutzblecher nein mutti bitte nicht ja die mutter kommen so noch erst dann alle zuleiben und sagen hier weißt du doch das ist nicht das ist im winterbraucher und meint der covid-10er so ein set zum handklemmen da hat der schon mal die ganze Nacht durch die Gegend das ist halt auf dem bürgersteig irgendwo das ist ja beide halt alle die lachen dem ja aus ich hab die mauschen verarscht mein kundin war Lamke vorne so ein so ein so ein so ein so ein so eine creaturehente war ein sumoringer der hat ja wenigstens noch Stil Bigfoot Sumo Sons of Anarchy die der dummer weite das ist meine reine ah Soll ich Feierabend ja doch hm doch 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 das ist ja schon wieder aus dem rückmus also hier ich brauche ein do so ich das Aber die Gesichter muss da eigentlich in die Kamera ein. Ich mach's ja nicht für die Kamera, ich mach das ja, weil ich so findlich bin. Ja, es wäre aber jetzt lustig, das auch in der Kamera einzufangen. Ja, ist schon klar, dann müsste ich hier so ein... Warte, warte. Hilfige Chick. Ja, so mein Timing. Yeah, man. Ja, bitte schön. Ja, ich bin Tommy. Guten Abend, Herr Wilder. Komm, so Linden, nehmen wir mal an. Ich will hier eine Fahrrad langs. Hab gerne mehr. Hättest du ernst? Allerdings, das ist nicht wahr. Das wird schon kaum geholfen. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen... Ein bisschen gut, das geht. Nein, ich hab die verkauft. Echt? Du hast zwei Räder von mir. Oder vielleicht hast du auch nur noch eins davon. Das weiß ich nicht, aber benutze sie doch! Kommt Deft Hahn und ging zum Fahrrad-Dealer rein. Und fragt, hast du ein Fahrrad? Das fiel ich mir dann allein. Und er sagt, du hast schon zwei. Ja, ich kann dir ganz voll klar. Ich hab sie alle verkauft. Geh auf, hinschauen und rauch. Der Mann hat kein Fahrrad, dann musst du Eben auf zwei Füß zu Fuß laufen. Das kannst du ja auch. Jetzt bin ich das A-Aschloch. A-Aschloch. A-a-Aschloch. A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. ìnhoschlau. A-HA-HA-ha-ha, ja-ha-ha. Yeah, das A-Aschloch. Hier der Takt fehlt. Genau, sonst rächt ich. Haslo, Haslo, Haslo! Arschloch! Das darfst du gar nicht mehr verleihen! Arschloch! Ah-ah-ha-ha-ha! Jetzt bin ich das Aha-Floch! Musik zum Musik wirklich zur Konferenz! Schlimm! Ja, hier! Hier kann ich doch! Bitte! Wenn ich noch mal nichts habe, Alter, wie gesagt! Ja, das wäre eine große! Eine heiße große! Jetzt sind wir nicht bereit wieder! Darfst du mal hängen? Mit Kabel? Nein! Mit Kabel? Mit Kabel? Mit Zahne? Hm! Schein ist das nicht! Aber du gehst nicht mal nicht mehr zu tun mit Kabel! Hiiii! Hause auch wieder! Musik 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 Kabel! spoon Vad Das war's für heute. Steckt doch mal super ab. Lass mal gucken mal hier. Soll es stoppen. Ich glaube, das ist ein. Beide sch Beast camera. Soll es stoppen. indo. Die Kunde ist nicht genug, oder? Das hat sie mir denn. Das ist ein bisschen. Das ist jetzt mal. Das ist ein bisschen besser. 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 Okay, einfach. Mach mal nicht bescheiden, oder? Besser, ciao. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020